Sauri Asana, die Stellung von Sauri, einer der großen Siddhas, einer der großen Meister in der Nath-Tradition. Nila Kanta zeigt, wie es geht. Bringe beide Fußsohlen zusammen und gib die Fersen unter den Anus. Du sitzt also auf den Fersen. Wenn du kannst, gibst du dann die Hände auf die Oberschenkel und bleibst ruhig sitzen mit entspanntem Gesicht und entspanntem Atem. Dieses Sauri Asana hilft, die Flexibilität von Hüften stark zu erhöhen, auch der Fußgelenke. Sie hilft auch, die Energie ins Muladhara Chakra zu bringen und dann durch diese Shumna nach oben. Sauri Asanas gehört also zu den vielen Sitzhaltungen, die benannt sind nach den 84 Nath-Yogis. Surya heißt übrigens Sonne und Sauri könnte auch etwas mit Sonne zu tun haben, zur Sonne gehörig, aber ist ein Namen der 84 Nath-Siddhas. Mehr Informationen über dieses und alle andere Asanas auf wiki.yoga-vidya.de Mehr Informationen auf www.hüften.de